Ha ha ha, it's Mr. 305 checking in for the remix. Ha 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 ha, que bola Kata, que bola Omega, and this how we gonna do it. Ha ha ha. One, two, three, four. Jugendarbeitslosigkeit, das ist unsere Politik. Langzeitarbeitslosigkeit, das ist unsere Politik. Kinderarmut in Deutschland, das ist unsere Politik. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Jugendarbeitslosigkeit, wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Langzeitarbeitslosigkeit, wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Kinderarmut in Deutschland, wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Kinderpornografie, wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Jugendarbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, Kinderarmut. Risiko in Deutschland, das ist liberale, freidemokratische Wirtschaftspolitik. Das ist unsere Politik. Die FDP setzt zur Bunga, Bunga. Die FDP setzt zur Schnickstack. Die FDP setzt zur Lohnversicht. Die FDP setzt zur Großkonzerne. Die FDP setzt zur Machtinteressen. Die FDP setzt zur Opportunismus. Die FDP setzt zur Portalstrukturen. Die FDP setzt zur Manchester-Liberalismus. Die FDP setzt zur Ackner. Die FDP setzt zur Warmdusche. Libertärer Gulasch, Pseudo-Freiheit. Das ist unsere Politik. Zurück in die Kolonialzeit. Das ist unsere Politik. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Mitverantwortung? Das ist eine Schande. Was für ein Gesocks. Das ist meine Lage. Das ist unsere Politik. Wir schauen es uns uh sieben. Das ist unsere Politik. Weiter ist unsere Politik. Ein alter causa. Untertitelung des ZDF, 2020